In Vorbereitung auf die Predigt hören Sie Verse aus dem Matthäusevangelium. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute bereiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, Gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der am Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Amen. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.